Bison. Was? Ich hab dem doch einen Headshot gegeben, dem einen da. Ich hab dem einen 72 Schaden gemacht. Der von hinten kam oder der vorne war? Wahrscheinlich der von hinten. Den vorderen hab ich so gut wie nicht gesehen. Ich hab dem vorderen halt 94 hinanzugeben. Ah! Tch! 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 Spiel startet! Oh, den Alpha da. Den holen wir uns. Oder den an dem Bootshäuser. Oh ne, da ist noch einer. Nein, nach oben. Ja, die roten Käse hinterher. Och, schon wieder Wellen hier, Mann. Was? Ja, ich vergesse immer zu wählen. Au, da ist... Was ist das denn? Was rotes direkt unter mir? Was gelbes ist, was natürlich süßes, glaube ich. Ach, ein Fass. Ja, geil. So, erstes Fass. Gar nichts. Bis auf ein Fass. Wow. Das ist ein Tablet-Update. Das ist gut. Ach ne, eine Mission für hochwertige Ziele. Okay. Das macht die Sache natürlich spannender. Ich werde sofort da hinrennen. Im Backyard liegt immer Geld. 850, 215 brauchen wir noch. Hier ist Rüstung. Hier ist eine Tretmine. Hier ist... äh... Munition. Sollen wir die Fliegelock verschwenden? Hier ist eine rote Kiste. Aber ich kann das nicht öffnen. Alter. Ach so, das Scheißhäuser hier. Da ist nichts. Hier ist eine rote Kiste. Ich weiß nicht. Ich leg hier mal einen Spannstoff. Oh, ich hab das getötet. Oh, das ist schlecht. Ich weiß nicht. Ah. Mit wem denn? Alpha wahrscheinlich. Äh. Get rekt. Der hieß nicht Alpha. Der ist da nur gestartet. So. Weißt du jetzt bei der roten Kiste? Ne. Ne, ich weiß nicht. Scheiß die voll weg, ey. Hö. Soll ich die aufspringen oder was? Ich dachte du hast eine Glocke. Du hast die. Ich hab die hingebracht. So. Da ist wieder eine rote Kiste. Der hieß geradeaus da an den Bäumen. Das eine geht da zum Haus. Vielleicht treffe ich ja einen. Ist hier wahrscheinlich im Haus. Wie sich das anhört. Bei mir ist irgendwo einer. Hier in dem kleinen Häuschen drin. Oh, wir werden abrufen. Der war irgendwo hier in dem Haus. Was? Keiner da. Wir haben Skilifte. Das darf ich wieder reinmachen. Was haben wir denn hier? P2000. Auch. Da im Skilift. Wer ist da? Ist da irgendwo? Der läuft hier bei mir. Oh nein, links. Oh, der ist zu weit weg. Der ist hier rausgelaufen. Hier beim Exit. Nach links. Da steht er. Oh Gott. 9 in 1. Natürlich auf den falschen Geschossen. Der ohne Waffe. Schade, 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 schade. Wie kann man das hier abrechnen? Diese ganze Scheiße. Ich weiß es nicht. Wie ihn interessiert das? Wie er gestorben ist? Was? Das erfunden hat. Mental. Also ich sehe noch nicht mal die Ränge, aber ich bin rausgeflogen. Ah, ein Spiel wird gesucht.